Moin! In diesem Video geht es darum, einen neuen QR-Code für eine Lehrkraft zu generieren. Dies kann notwendig werden, wenn eine Lehrkraft mit der Authenticator-App den Zugang zu Zwei-Faktor-Authentifizierung im Schulportal SH benötigt. Die Ersteinrichtung kann die Lehrkraft selbst vornehmen. Nur wenn sie zum Beispiel ihr Handy wechseln möchte oder den Code verloren hat, ist dies ihre Aufgabe als schulische Administratorin oder schulischer Administrator. Loggen Sie sich hierzu über den Administrationszugang ein und klicken Sie auf die Kachel Schulportal Administration. Dort wählen Sie Administration Zwei-Faktor-Authentifizierung. Geben Sie in der Suchmaske den Benutzernamen der Lehrkraft ein, für die ein neuer QR-Code erzeugt werden soll und klicken Sie auf die Lupe. Markieren Sie nun das Benutzerkonto, für das ein neuer QR-Code erzeugt werden soll, indem Sie einen Haken davor setzen. Klicken Sie anschließend auf QR-Code Handy-Token. Das müssen Sie noch einmal bestätigen und dann wird Ihnen ein neuer Code angezeigt. Diesen dürfen Sie aus Sicherheitsgründen bitte nicht speichern, sondern drucken ihn entweder aus und lassen Ihnen der Lehrkraft zukommen oder diese steht idealerweise neben Ihnen und kann es gleich mit Ihrer Authenticator-App einscannen.